AMD Fusion ist der Code- und Markenname eines Prozessor-Konzepts. Das CPU- und GPU- sowie Video- und andere Hardware-Beschleuniger auf 1MD vereinigt, es ist das Ergebnis aus der Übernahme ATIS durch AMD. AMD nennt diese Konstruktion Accelerated Processing Unit. Erste Modelle basierend auf diesem Konzept für den Einsatz in Netbooks und ähnlichen Geräten wurden im Januar 2011 vorgestellt. Weitere folgten im Verlauf des Jahres 2011. Sie sind Teil des HSA-Programms der HSA Foundation Geschichte. AMD demonstrierte seine erste Fusion APU am 1. Juni 2010 auf der Computex. Die Demonstration umfasste unter anderem eine kurze Einspielung, die einen Ausschnitt aus dem 3D-Spiel Aliens vs. Predator zeigte. Das auf einem Ontario-System in Echtzeit gelaufen sein soll. Konkrete Produkte in Form der E- und C-Serien wurden am 4. Januar 2011 vorgestellt. Die Lano-Serie für Notebooks wurde am 14. Juni 2011 präsentiert. Am 15. Mai 2012 wurde die zweite Generation der mobilen A-Serie namens Trinity Public gemacht. Diese löst die Lano-Serie ab, die noch auf der alten K10-Architektur beruht. Marketing Die Prozessoren oder APOs haben keine Marketing-Namen, wie früher etwa mit Phenom oder Adlon üblich. Einziger Markenname in der Prozessorbezeichnung ist AMD. Für alle AMD-Systeme gibt es aber noch den AMD Vision Marketing-Namen. Je nach Leistung und Funktionsumfang werden entsprechende Vision-Sticker auch umzusetzen wie Smart HD für günstige und schwächere Versionen. Über Brillant HD in Vri-Day und Brillant HD Entertainment für den unteren Massenmarkt bis hin zu Brillant HD Performance. Für den oberen Mainstream-Bereich ergänzt technische Umsetzung des Konzepts. Kernaspekt der Fusion-Technologie ist die direkte Verbindung wesentlicher Systemkomponenten, x86 AMD 64 Prozessor-Kerne, Vector-Engines und Unified Video-Decoder für High-Definition-Video-Wiedergabe über denselben High-Speak-Bus mit dem Systemhauptspeicher. Die Architektur soll so einige Nachteile umgehen, die mit integrierten Grafikprozessoren in bisherigen Einzel-Chip-Lösungen verbunden sind. Wie höhere Speicher-, Latenz- und Energieaufnahme sowie geringere Laufzeiten im Akkubetrieb AMD nennt diese Konstruktion Accelerated Processing Unit. Die Mehrkernprozessoren sollen einen oder mehrere Hauptprozessor-Kerne und mindestens einen zusätzlichen Prozessor für spezielle Aufgaben enthalten. Vorerst einen Grafikprozessor, diese Kombination soll dann besser zusammenarbeiten. Bisher gibt es seitens AMD folgende Umsetzungen des Fusion-Konzepts für unterschiedliche Bereiche, Sub-Notebooks und Tablet, Netbooks und Netopes. Ontario und Sacket Bobcat ist der Codename für die Architektur eines Zweikernprozessors mit integrierter GPU und Northbridge, der für geringen Stromverbrauch und kleinen Preis optimiert wurde und deshalb über vergleichsweise geringe Rechenleistung verfügt. Einsatzbereiche sind günstige Systeme wie Netbooks und Netopes sowie Geräte, welche besonders niedrige Verlustleistung aufweisen sollen. Etwa Sub-Notebooks und Tablet Bei Bobcat handelt es sich im Gegensatz zum Konkurrenzprodukt Intel Atom um eine effizientere Out-of-Order-Prozessor-Architektur, welche die Basis für AMD S-Ontario und Sacket-Apos bildet, die in den Serien CE und G verwendet werden, Cabini und Timash. Die Jaguar-Architektur löst die auf Bobcat basierenden Prozessoren ab. Sie bildet die Basis für AMD S-Cabini und Timash-Apos der Serien A und T. Mit dieser Generation wird auf TSMC's 28-Nanometer-Bike-Prozess umgestellt, der eine Kernfläche von 3. Ein Quadratmillimeter erlaubt und somit Energieaufnahme sowie die Fläche pro Kern reduziert. Dies ermöglicht bis zu vier Kerne, die in einem sogenannten Modul zusammengefasst werden können. Durch die Modularität dieses Systems kann man besser auf Kundenwünsche eingehen. Die Größe des Prozessor-Caches, den sich alle Kerne teilen, steigt auf 2 MB an und die Gleitkomma-Einheit arbeitet mit 128-Bit-Datenbreite. Gekoppelt werden die Jaguar-Kerne mit der Grafik-Architektur, Graphicscore Next. So, dass deutlich mehr Grafikleistung zur Verfügung steht als bei den Vorgängern auf Basis der VLIW-Architektur. Mit Jaguar unterstützt AMD erstmals in Low-Voltage-Prozessoren den kompletten S-Sex-Befehlssatz sowie auch AES und AVX. Diese Befehlssätze waren vorher nur den großen Architekturen wie Bulldozer oder K10 vorbehalten. Die IPC sollen um ca. 15% steigen. BIME und Mallenz Mit der Puma-Architektur zielt AMD darauf ab, den Stromverbrauch gegenüber Jaguar weiter zu senken, ohne dabei Einbußen bei der Leistung hinzunehmen. Die Fertigung erfolgt weiter in 28 Nanometern. Verfeinerungen in der Fertigung und beim Design sorgen aber für einen reduzierten Leckstrom und geringere Leistungsaufnahme beim Rechnen. Als Alternative zu Intel's Trusted Execution Technology integriert AMD die Trustzone-Technologie aus der ARM-Welt. Zu diesem Zweck verfügt der Chip über einen ARM Cortex-A5. Notebooks und Desktops Lano Lano ist der Codename für eine Prozessor-Architektur mit integrierter GPU und Northbridge, die für den unteren Mainstream-Bereich konzipiert ist und in Notebooks und Desktop-Rechnern zum Einsatz kommt. Diese wird von AMD als AMD Family 12H-Prozessors eingeordnet. Die Fusion Lanoa PU kombiniert zwei bis vier Husky-Prozessor-Kerne der K10-Generation mit Kompatibilität zu x86-Befehlssätzen und zur AMD 64-Architektur sowie einen DIR-ICT-X11-Kompatiblen Grafikkern, wie er bei Radeon HD5570-Karten zu finden ist. Anders als bei der Radeon HD5570 wurde bereits zu VD3,0 statt UVD2,0 im Grafikchip integriert. Die parallele Rechenleistung des GPU-Teils soll neben der Grafikbeschleunigung über Programmierschnittstellen wie OpenCL, WebGL, AMD App und Microsoft Direct Compute die Serielle der Prozessor-Kerne gerade im Gleitkommabereich ergänzen. Obwohl die skalaren x86-Kerne und die SIMD-Engines der APOS einen gemeinsamen Pfad zum Systemspeicher teilen, ist bei dieser ersten Generation der Speicher noch in verschiedene Regionen getrennt. Zum einen gibt es den vom Betriebssystem verwalteten Speicherbereich, welcher auf den x86-Kernen läuft, zum anderen die von der Software, welche auf den SIMD-Engines ausgeführt wird, verwalteten Speicherregionen. Für den Datenaustausch zwischen beiden Teilen hat AMD High-Speed Block Transfer Engines eingerichtet. Im Gegensatz zu Datenübertragungen zwischen externen Frame-Buffern und Systemhauptspeicher sollen diese Transfers nie den System-Bush belegen. Trinity Die APOS mit Codenamen Trinity ersetzen die LAN-O-Reihe mit K10-Innenleben. Die neuere Architektur mit GPU und Northbridge ebenfalls für den Massenmarkt ausgelegt, wird gleichfalls in Notebooks und Desktops verwendet. Sie kombiniert Prozessortechnik der Piledriver-CPU-S ausgelegt als Module mit aktuelleren Radeon HD-GPU-S. Hierbei handelt es sich um kerneähnlich den Radeon HD 7350 bis 7670 der AMD Radeon HD 7000-Serie. Marktstart für die Notebook-CPUs war der 15. Mai 2012. Die Desktop-CPUs wurden am 2. Oktober 2012 vorgestellt. Richland Die Richland APOS lösen ihre Vorgänger auf Trinity-Basis ab. Trotz neuen Codenamen setzen sie auf dieselbe Architektur und bieten nur ein neues Stepping. Die GPUs basieren auf der VLIW-4-Architektur, die auch als Terrascale 3 bekannt ist. Technisch entsprechen sie den Grafikkarten der HD 6900-Serie mit dem Codenamen North-An Islands. Caveri Die Caveri APOS folgen den Trinity- und der Richland-Reihen nach. Sie wurden für 14. Januar 2014 angekündigt und enthalten die neue Steamroller-Architektur, welche eine weitreichende Überarbeitung der Bulldozer-Architektur darstellt. Die integrierte GPU wird auf die GCN-Architektur, wie sie mit dem Bonaire Chip in der Radeon HD 7790 im März 2013 vorgestellt wurde, umgestellt. Es sollen im Laufe des Jahres 2014 APOS für Desktop-Rechner, Notebooks im Embedded- und im Serverbereich auf den Markt kommen. In moderaten Auflösungen wie 27P laufen Spiele auf einem Caveri-System zumeist flüssig mit 40 und mehr FPS. Voraussetzung hierfür ist ein schneller Hauptspeicher, da hier die Speicherbandbreite der limitierende Faktor ist. Ein weiterer Leistungsschub soll sich mit der neuen Grafik-Schnittstelle AMD Mantle im Catalyst-Grafiktreiber ergeben. Carrie Zoelle Die Puma-Plus-Architektur stellt eine kleine Evolution zur Puma-Architektur dar und bietet leicht erhöhte Taktraten. Die Chips finden auf dem neuen FP4-Sockelplatz und besitzen je 128 Shader. Technische Daten NetObs NetBooks Sub-Notebooks Tablet Bobcat-basierte Modelle Die verfügbare Speicherbandbreite wird von CPU und GPU im konkurrierenden Zugriff geteilt. Die eigentliche Chip-Fläche liegt zwischen 75 und 77 Quadratmillimeter. Sacket E-Serie Sacket ist der AMD-Codename für eine 18-Watt-APU für den Mainstream-Notebook-Markt in 40nm-Technik. Die Modelle haben gegenüber der C-Serie einen höheren Takt sowohl für den Prozessor als auch für den Grafikkern. Alle Modelle bieten SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, NX-Bit, AMD64, PowerNow, AMDV, Speicherunterstützung, DDR3-SDRAM, DDR3-LSDRAM. Anbindung an den Chipsatz UMI mit 2,5 GT Ontario C-Serie Ontario ist der Codename für eine Dual-Core-System-On-A-Chip-Implementierung in 40nm-Technik. Die APU integriert den Bobcat-Prozessorkern und ist für ultradünne Notebooks, Netbooks und andere Produkte unterhalb der 20-Watt-Grenze gedacht. In einer Ontario APU stecken ein oder zwei Bobcat-Prozessorkerne und ein DI-RECT-X11-Grafikkern mit 280 MHz. Das BGA-Gehäuse des für mobile Applikationen optimierten Ontario's ist zum Auflöten auf Mainboards für Tien-End-Light-Notebooks und Netbooks. Ausgelegt Anfang 2011 wurde die Serie mit zwei Modellen eingeführt. Die Single-Core-Version C30 hat dabei einen Takt von 1,2 GHz für den Prozessorkern, die Dual-Core-Version C50 von 1 GHz für beide Kerne. Die Dual-Core-Versionen C60 und C70 haben nach bisheriger Kenntnis exakt gleiche technische Daten. Laut AMD wurde neben dem APU-Namen einzig das Radeon-Branding der GPU auf dem SOC geändert, um es in Einklang mit den anderen Produkten zu bringen. Alle Modelle bieten SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4A, NX-Bit, AMD64, PowerNow, AMDV, Speicherunterstützung DDR3-SDRAM, DDR3-LSDRAM, Anbindung an den Cheapsets, UMI 2,5 GT, Ontario Embedded G-Serie. Mit der Embedded G-Serie-Plattform macht AMD Diffusion-Technologie Anfang 2011 für Embedded-Systeme verfügbar. Dabei handelt es sich um weitere Ontario-Versionen. Die APUs integrieren auf einer Packagefläche von 361 mm² ein- oder zwei 64-Bit-Prozessorkerne der Bobcat-Klasse sowie eine DI-RECT-XL-fähige Grafikeinheit, die auch als Vektorprozessor genutzt werden kann. Seit März 2011 bietet AMD auch sogenannte Headless-Varianten für eingebettete Systeme ohne Grafikausgabe an, diese besitzen dieselbe Packagefläche von 361 mm². Jaguar-Basierte Modelle Kabinett A- und T-Serie alle Modelle bieten SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4TX, NX-Bit, AMD64, AMDV, AVX, AES, Speicherunterstützung DDR3-SDRAM, DDR3-LSDRAM, Anbindung an den Cheapsets, UMI mit 2,5 GT, Temasch A-Serie alle Modelle bieten SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4TX, NX-Bit, AMD64, AMDV, AVX, AES, Speicherunterstützung DDR3-SDRAM, DDR3-LSDRAM, Anbindung an den Cheapsets, UMI mit 2,5 GT, Technische Daten, Desktop und Notebook, Jaguar-basierte Modelle Desktop-Modelle Adlon und Semprin Husky-basierte Modelle Lano A- und T-Serie Die A-Poster-Serie A- und T wurden im Sommer 2011 veröffentlicht. Sie sind vorrangig für Mainstream- und Lowend-Systeme im Notebook- und Desktop-Segment vorgesehen. Auf einem Silizium-DiSin 2-4 x86 AMD64 Husky-CPU-Kerne beruhend auf der K10-Architektur mit verbessertem Speicherkontroller und einem DIR-ICT-XL-fähigen Grafikprozessor vereint. Die APU wird in einem 32-NMSUI-Prozess von Global Foundries gefertigt und strebt die gleichen Zielmärkte an wie die Adloni-Linie. Des Weiteren besitzt der Kombiprozessor einen integrierten PCIe-2,0, einen Dual-Channel DDR3-1600-Speicherkontroller sowie ein Megabyte L2-Cache pro Kern. Jedoch keinen L3-Cache. Bei Bestückung des Mainboards mit nur einem Speichermodul pro Kanal ist der Speicherkontroller der Desktop-Prozessoren aus der A8- und A6-Serie auch für DDR3-1866 spezifiziert. Bei mobilen Prozessoren mit bis zu 35 WTDP ist maximal DDR3-1333 vorgesehen. Die Kommunikation mit dem Cheapsatz des Outbridge erfolgt über das Unified Media Interface, welches auf PCIe basiert, mit 5GT-Modelle für den Desktop-Modelle für Notebooks, Piledriver-basierte Modelle Trinity und Richland A-Serie. Diese zweite Generation der A-Serie wurde am 15. Mai 2012 und die Desktop-Modelle am 2. Oktober 2012 veröffentlicht bzw. auf der Computex 2012 angekündigt. Hier liegt die Bulldozer-Architektur mit Piledriver-Kernen zugrunde. Der GPU-Teil verwendet ein 4D VLI-W-Shader-Design, das mit den Radeon HD6900 Grafikkarten vorgestellt wurde. Wie auch Intel markiert AMD inzwischen Prozessoren mit einem nach oben offenen Multiplikator durch ein K, das an die Modellnummer angehängt wird. CPUs mit deaktivierter Grafikeinheit werden unter dem alten Namen Adlon 2 vermarktet. Auch wenn die neuen Prozessoren inzwischen eine andere Architektur als Basis haben. Am 12. März 2013 stellte AMD die zweite Generation Piledriver-basierter Apos mit Namen Richland vor. Bis auf kleine Änderungen, Taktsteigerungen und ein vermutlich neues Stepping bleiben die Apos im Vergleich zu den Trinity-Vorgängern identisch. Modelle für den Desktop-Quellen Modelle für Notebooks, Teamroller-basierte Modelle Kaveri und Godavari A-Serie. Die vierte Generation der A-Serie wurde am 12. November 2013 auf der AMD-Entwickler-Konferenz HPU 13 angekündigt. Einführung war am 14. Januar 2014. Den Anfang macht im Desktop-Bereich der A107850K, der mit zwei Steam-Roller-CPU-Modulen vier Threads parallel verarbeitet. Der GPU-Teil besitzt eine Radeon-Grafik-Einheit vergleichbar denen der R7-Modelle der AMD Radeon R200-Serie. Sie basiert auf der GCN-Architektur der Version 1,1. Diese wurde mit dem Bonaire-Chip der AMD Radeon HD7000-Serie eingeführt. Die GPU nimmt fast die Hälfte der die Fläche in Anspruch und ist kompatibel zu DirectX 11,2, OpenGL 4,3 und der AMD-getriebenen 3D-Schnittstelle Mäntel. Die APU besitzt eine erstmals im Desktop-Bereich umgesetzte heterogene System-Architektur, die die Zusammenarbeit von CPU und GPU über GPGPU hinaus verbessern soll. Hierbei wird der Grafikteil intensiver als bisher verwendet, um die Prozessorkerne bei ihren Berechnungen zu unterstützen. Dazu gehören der direkte Austausch von Informationen ohne Umweg über ein Betriebssystem und das Zugreifen auf denselben Adressraum des Arbeitsspeichers. So dass Berechnungsergebnisse beiden Teilen schnell zur Verfügung stehen, darüber hinaus ist ein Audio-Koprozessor in die APU integriert. Mittels Custom Thermal Design Power kann im BIOS die Thermal Design Power der CPU konfiguriert werden. Dies ermöglicht es zum Beispiel den A10-7850 mit 45W oder 65W-TDP zu betreiben. Die Taktfrequenz der CPU wird dann in Abhängigkeit von der CTDP auf bestimmte Werte gedrosselt. Aktiv beworben wird dies im Moment nur für den A8-7600, welcher explizit mit 65W und 45W gelistet wird. Durch eine nochmalige Überarbeitung kommen 2015 unter der Bezeichnung Godavari. Vor allem bei der integrierten Grafik optimierte APOs mit geringen Taktsteigerungen auf den Markt das Top-Modell A10-7870K Weiß-Z-BSP. Gegenüber dem bisherigen A10-7850K beim CPU-Teil mit 200MHz mehr Basistakt, aber nur ein 100MHz mit Turbo-Takt auf. Die Kaveri und Godavari APOs sind für den Sockel FM2 Plus ausgelegt mit den Chipsätzen A55, A78 und A88X. Nachfolger von Steamroller ist die Excavator-Architektur mit Carrizo-Kernen, welche 2015 erst für mobile Anwendungen eingeführt wurde. Als Bristol Ridge sollen 2016 APOs für Desktop-Anwendungen herauskommen. Mit Summit Ridge basierend auf der AMD-Syn Architektur soll dann eine komplett neue Prozessorentwicklung folgen. Modelle für den Desktop Die CPUs mit dem Kürzel M sind Mobilprozessoren, mit dem angehängten B muss auf den Turbo-Modus verzichtet werden. Die Pro-CPUs werden mindestens 24 Monate verfügbar sein und die zugrunde liegende Software wird über 18 Monate keine Anpassungen erfahren, die für Aufwand bei der Administration der Rechner sorgen. Mit dem Kaveri-Codenamen hat AMD auch wie vom Adlon FX bekannt die Bezeichnung FX eingeführt, zum Beispiel bei dem FX7600P. Das P steht für 35 Watt TDP bei den Kaveris für Notebooks, während die Modelle ohne das Kürzel mit 19 Watt oder 17 Watt auskommen. Die CPUs mit dem Kürzel K haben den Multiplikator nicht gesperrt, bekannt aus der Phenom-Serie in den Black Edition CPUs. Die CPUs mit dem Kürzel 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 Kürzel